... Ihr kennt mich doch, ich komme hier nicht mit leeren Händen nach vorne. Ja, wir kommen jetzt gar nicht mehr raus aus dem ganzen Gleichnisgehöre, sage ich mal, letzten Sonntag ganz unerhofft, Gastprediger auch Gleichnis und heute geht es wieder weiter mit dem Gleichnis. Ja, aber ihr habt nach dieser Predigt erstmal bis Juni Ruhe von mir. Dann geht es weiter nach der Hochzeit, genau. Wir machen heute weiter in der Serie Gott spricht durch Gleichnisse. Wir haben uns ja von Anfang an angeschaut, erstmal warum Jesus überhaupt mit Gleichnissen geredet hat und sind dann durchgegangen und haben gestartet mit der Reihe Deine Investition in das Reich Gottes. Also was wir auf der Erde hier investieren können, was dann später Ewigkeitswert haben wird. Und da sind wir durchgegangen, die Gleichnisse, die darum gehen und heute, dieses Gleichnis soll so eine kleine Abrundung, so einen kleinen Abschluss darstellen über diesen ersten Punkt der Gleichnisse, über diese Investition in das Reich Gottes und es geht heute um den Lohn für Deine Investition in das Reich Gottes. Und dieses Thema ist überaus interessant und es ist auch sehr wichtig. Wir wollen heute ein paar Missstände aufklären über diesen Lohn und wollen zusammen einen Grundsatz erarbeiten, der uns vor einer falschen Erwartung an diesen Lohn bewahren soll. Wir haben uns, wie gesagt, schon einige Gleichnisse angeschaut in der Vergangenheit und in den Gleichnissen ging es stets um etwas, was du investieren kannst. Wir gehen davon aus, dass Gott uns gewisse Dinge anvertraut hat, die wir verwalten sollen. Unter anderem hatten wir die Investition von unserem Reichtum und unserem Besitz auf der Erde, wo wir gesagt haben, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen sollen und dass unser Geld und alles, was wir hier auf der Erde besitzen, dass das uns Gott gegeben hat. Er kann es uns sofort wieder nehmen. Er hat es uns gegeben mit dem Auftrag als Verwalter. Wir sind die Verwalter, nicht die Eigentümer. Gott ist der Eigentümer. Wir besitzen es nur als Verwalter. Dann haben wir uns angeschaut, die Investition von Geistesgaben aus 1. Korinther 12 und Matthäus 25. Da war es auch so, ein Mann reiste aus der Landes und gab seinen Knechten die Aufgabe oder seinen ganzen Besitz mit dem Auftrag, ja, die sollten das jetzt verwalten. Und dann hatten wir uns noch angeschaut, die Investition von unserer eigenen Errettung. Dass wir errettet sind, gibt uns auch die Möglichkeit, anderen Menschen diese Errettung weiterzugeben. Und das ist Lukas 19 gewesen, das Gleichnis. Und da war auch der Auftrag, handelt, bis ich komme. Wir sind berufende Mitarbeiter. Ja, Gott sagt, handelt, bis ich komme, bis er das Reich auferrichten wird. Aber wie Andreas schon gesagt hat, das Reich, der Tempel, der besteht heute schon, das ist die Gemeinde. Das Reich Gottes wird auf der Erde von uns Christen hier repräsentiert. Und die Gemeinde wächst und wird weitergebaut. Ja, wir werden feststellen heute und erarbeiten, dass wir für unseren individuellen Einsatz, den wir leisten an dem Bau der Gemeinde, auch einen Lohn erhalten werden im Himmel. Und dazu wollen wir uns das Gleichnis in Matthäus 20 anschauen. Und wir springen direkt rein, aber erst mal, also das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, so ist das überschrieben, von den verschiedenen Tageszeiten, wo die angeworben wurden und schließlich doch alle einen Denar erhielten. Wir kennen das Gleichnis, denke ich, so vom Hören. Aber dieses Gleichnis steht in unmittelbarer Verbindung zu Kapitel 19. Also gehen wir jetzt noch zurück. Kapitel 19. Es ist zwingend wichtig, Kapitel 20 aus der Situation von Kapitel 19 heraus zu betrachten. Ein reicher Mann, gehen wir durch ab Vers 16, ein reicher Mann kommt in Matthäus 19, Vers 16 und fragt Jesus, was soll, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist eine berechtigte Frage, das ist eine super Frage. Das ist die einzig wichtige Frage, könnte man meinen. Aber Jesus sieht in die Herzen rein, der sieht das auch in dieses Herz von diesem Jüngling hinein und stellt klar erst mal, nur Gott ist vollkommen gut. Nur Gott. Und wenn du in das ewige Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Der Mann fragte nun, welche Gebote? Obwohl wir annehmen können, dass er diese auch kennt, wie wir später auch erfahren werden. Jesus sagt ihm die Gebote, Matthäus 19, jetzt Vers ab 18, er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts falsches Zeugnis geben, also nicht lügen, Ehre Vater und Mutter und du sollst seinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling aber jetzt versichert und behauptet, er hätte diese Gebote befolgt, sprich sich an sie geheilt. Jesus sprach zu ihm, jetzt in Vers 21, wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Sein Herz hängt aber an seinem Geld und seinem Besitz. Wir lesen dann, er hatte viel Geld und viel Besitz. Und Jesus sagt, reiß diese falsche Priorität, die du hast in deinem Leben, reiß sie nieder und stell mich an die erste Priorität, indem du mir nachfolgst. Wir haben einen ganz interessanten Aufbau. Erstmal, wenn du vollkommen sein willst. Vollkommen. Vorher hat Gott gesagt, hat Jesus gesagt, ja vollkommen gut, gut ist nur Gott. Aber wie können wir vor Gott vollkommen sein? Denn Gott ist vollkommen und wir wissen, dass vor Gott keine Sünde bestehen kann. Und dann sagt er, okay, ja dann verkauf deine Habe und gib sie den Armen. Aber woher kommt diese Aufforderung? Wenn er ihm nachfolgen soll, dann braucht er das alles nicht mehr. Er soll alles jetzt opfern und der ganze Vers endet hier. Folge mir nach. Und das ist auch alles, worauf Jesus zeigt. Der Aufruf ist, folge mir nach. Wir erhalten die wahre Vollkommenheit. Nicht darin, indem wir gesetzlich sind und uns an Gottes Gebote halten. Und selbst wenn wir sie halten würden, was uns als vorprogrammierten Sündern eigentlich gar nicht möglich ist, ist, wie dieser Mann es vorgibt, erhalten wir die wahre Vollkommenheit nur in Jesus Christus. Dazu schlagen wir auf Kolosser 1, Vers 28. Kolosser 1, Vers 28. Da sehen wir Christus in uns, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf das wir jeden Menschen vollkommen machen oder vollkommen in Christus darstellen. Wir können das ewige Leben nur erhalten und damit einen Ausweg von der gerechten Strafe, wenn wir Jesus annehmen. Als denjenigen, der unsere Strafe, die wir eigentlich verdient haben, auf sich genommen hat. Das macht uns vollkommen vor Gott. Weil Jesus voll und ganz vor unsere Sünden gestorben ist. Und im Himmel kann niemand eintreten. Und im Himmel kann nur jemand eintreten, der vollkommen ist, weil Gottvollkommenheit in Person ist. Nur Gott ist gut. Und vor ihm kann niemand bestehen, der nur eine Sünde gemacht hat in seinem Leben. Und wir haben alle mindestens einmal gesündigt, weil das ist uns als Menschen nicht möglich, nicht zu sündigen. Wir sind von sündiger Natur aus. Und deswegen brauchen wir Jesus und sollen ihm nachfolgen. Und das konnte dieser reiche Jüngling nicht. Er hat den Ruf Jesu gehört, aber hat sich dagegen entschieden. Er hat diesen Menschen, genauso wie alle anderen Menschen, berufen, ihm nachzufolgen. Aber der materielle Reichtum auf der Erde hatte für ihn höhere Priorität. Jesus betont jetzt in den folgenden Versen, dass solche Menschen oder dass sie es besonders schwierig haben werden, ins ewige Leben zu kommen. Aber wenn man Jesu Ruf folgt, wird es auch Jesu Kraft sein, die er ihm ermöglichen wird, von diesem Reichtum oder von dieser falschen Prioritätssetzung wegzukommen. Jesus wird einem die Kraft geben, wenn wir seinem Ruf folgen. Und jetzt nach diesem Ereignis mit diesem Mann kommt Petrus. Er sieht diesen Menschen, der Jesus nicht nachfolgen wollte, weil sein Besitzchen gehindert hat. Und er und die Jünger haben doch alles abgegeben, was sie bis jetzt in ihrem Leben erwirtschaftet haben. Sie haben Familie zurückgelassen, sie haben alles hinter sich gelassen und sind diesem Ruf Jesu gefolgt. Und jetzt fragt er in Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus, was werden wir jetzt dafür erhalten, dass wir dir nachgefolgt sind? Dieser eine, der hat das nicht gemacht. Wir, ich, ich habe es aber gemacht. Was kriege ich jetzt dafür? Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage euch, ab Vers 28, Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Thron der Herrlichkeit, auf zwölf Trönen sitzen und richten die zwölf Stämme Israels. Jesus gibt jetzt eine Antwort darauf. Er macht ihm bekannt, was ihr Lohn sein wird für ihre Nachfolge. Dazu hängt er jetzt aber an. Und ein jeder, der irgend verlassen hat, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, wird hundertfältig empfangen und ewiges Leben erben. Ich will so einen kleinen Exkurs machen zu diesem Verlassen seines Umfeldes. Wir hatten das in der Jugendstunde vor ein paar Wochen, da haben wir uns Zentralasien angeschaut. Und da ist das tatsächlich so. Die haben ein ganz anderes Sozialsystem wie wir. Bei denen ist die Familie der Brennpunkt. Wenn irgendwas ist, wenn irgendwelche Probleme sind in der Familie, oder wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zu meiner Familie. Und wenn ich finanzielle Probleme habe, dann gehe ich zu meiner Familie. Wenn irgendwas passiert, dann helft, wo suche ich als erstes bei der Familie. Und die Familie hat so eine zentrale Bedeutung und so war das damals bei denen genauso. Die Familie, das war der Status, könnte man meinen. Ja, wem seiner bist du, könnte man sagen. Also, von welchem stammst du ab? Wo in welcher Familie bist du? Das hat alles vorgegeben. Und wenn die Menschen, heutzutage ist das immer noch so in Zentralasien, wenn die sich für Jesus entscheiden, dann wird gesagt, okay, entweder kannst du machen, wir unterstützen das in keinem Fall, wir werden dich sogar daran hindern. Aber wenn du das machst, dann bist du für uns tot. Wir werden dich nicht mehr als unser Familienmitglied werden, weil du unsere gesamte Ehre der Familie in den Dreck ziehst. Weil die so geprägt sind von ihrer Religion und sagen jetzt, wenn du jetzt Jesus nachfolgst, dann bist du für uns nichts. Aber, jetzt die frohe Botschaft, das ist ja heutzutage, das kann auch in Deutschland passieren, wenn man Christ ist, dass man dann verachtet wird von den Geschwistern, von den Eltern. Aber demjenigen, der das verlasst, der wird hundertfältig empfangen. Und diese neue Familie, die wir dann haben, ist die Kindschaft Gottes. Wir sind dann Kinder Gottes. Wir sind in einer Millionenfamilie, könnte man meinen, in der Gemeinde, mit so vielen Brüdern und Schwestern. Und wenn du dein Haus aufgibst, dann sind wir dazu aufgerufen, den aufzunehmen. Wenn ein Missionar alles hinter sich lässt und missionieren geht und dann eine Bleibe sucht, ja, das ist wie wenn unsere Mutter zu Besuch kommt. Den sollen wir aufnehmen. In Markus 10, Vers 30 ist es so ein bisschen besser erläutert. Aber die wahre Familie ist dann in der Gemeinde. Und das ist wunderbar. Aber dann in Vers 30. Und jetzt, Leute, Vers 30 ganz genau merken. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Rata, 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 rata. Das ist wieder so ein Jesus-Satz, möchte ich ihn nennen. Wir werden jetzt im Folgenden verstehen, was dieser Satz für eine riesen Tiefe in sich hält. Das ist so ein tiefer Satz. Und ich will jetzt schon auflösen, aber wir kommen jetzt noch dazu. Das ist wirklich so toll, dieser Satz. Und jetzt geht es weiter. Die Herzenseinstellung der Jünger war ja jetzt, sie kam ja daher. Der eine wollte Jesus nicht nachfolgen. Wir sind Jesus nachgefolgt. Uns hat der Besitz nicht gehindert. Wir haben alles aufgegeben. Und sie stellen sich jetzt hoch und vergleichen sich mit einem und maßen sich an, jetzt doch etwas Großes verdient zu haben. Und jetzt kommen wir. Jetzt haben wir Kapitel 19. Wissen wir, aus welcher Situation wir kommen? Jetzt kommen wir zu unserem Gleichnis in Matthäus 20. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherren oder einem Gutsherren, könnte man anders übersetzen, der frühmorgens ausging, um Arbeiter in seinem Weinberg zu dingen oder einzustellen. Dieses kleine Denn sagt uns zu 100 Prozent, dass dieses Gleichnis einen Kontext hat und auf die Situation mit den Jüngern sich bezieht. Es soll uns diesen Grundsatz erklären, aber viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste sein. Und jetzt kommt die Erklärung, denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherren. Wir kennen die Formulierung, das Reich der Himmel, aus anderen Gleichnissen bereits schon. Also es wird jetzt hier ein Sachverhalt, ein Verhalten dargestellt, was so im Reich Gottes vorkommen kann. Und jetzt Vers 2. Nachdem er aber mit den Arbeitern und allem, der nahe übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Also die waren nicht faul, sondern die haben einfach noch nichts Sinnvolles gefunden, was die machen können. Also dieses Wort müßig, wir sollen jetzt nicht denken, die wollten nicht arbeiten, die haben einfach noch keine Beschäftigung gefunden. Und diesen Sprachherr geht auch ihr hin in den Weinberg und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Nochmal Vers 2. Da sehen wir, Jesus hat ausgehandelt mit ihnen, dass sie genau einen Denar bekommen. Also der Lohn, der wurde hier schon festgelegt. Und jetzt sehen wir Vers 4. und was irgend euch recht ist, werde ich euch geben. Also hier gibt es keine Übereinkunft über den Lohn. Okay, merken. Also es gibt da jetzt einen Unterschied. Die einen, die hat eine feste Zusage und die anderen, die vertrauen darauf, okay, ich werde jetzt hier schön arbeiten und am Ende kriege ich auch einen gerechten Lohn. So, Vers 5. Sie aber gingen hin, wiederum aber ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat das Gleiche. Also sechste Stunde wäre dann nach jüdischer Zeitrechnung zwölf Uhr und neunte Stunde wäre dann drei Uhr. Die haben gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das war so gesehen Stunde null, sechs Uhr und Stunde zwölf, 18 Uhr. So. Vers 6. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand der Herr Andrich den und spricht zu ihnen, was steht ihr denn den ganzen Tag müßig? Sie aber sagten ihm, weil niemand uns gedungen hat, also einberufen hat, er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg und was irgend recht ist, werdet ihr empfangen. Wieder die Zusage, vertraut darauf, wir handeln hier keinen Lohn aus, ich gebe euch gerecht nach, was gerecht ist. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinen Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend von den letzten bis zu den ersten. Und als die um die elfte Stunde Gedungenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie aber den empfingen, murrten sie wieder den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und der Hitze getragen haben. Er beantwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nichts unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinigen zu tun, was ich will? Blick dein Auge böse, weil ich gütig bin? Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufende, wenige Auserwählte. Vers 16 gehört nicht mehr zum Gleichnis, sondern ist dann wieder aus dieser Geschichte dann sozusagen ein Abschluss. und Vers 1 bis 15 ist das Gleichnis und den Vorsatz, wir sehen, das wiederholt sich hier, die Letzten werden die Ersten sein, wobei man anmerken muss, dass hier die Reihenfolge geändert wurde. In Kapitel 19 heißt es noch, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und in Vers 16 ist jetzt, die Letzten werden Erste und die Ersten Letzte sein. Es ist nur so ein kleines, also es ist hier vertauscht, aber das ist praktisch der Rahmen, der das vorgibt. So, Gott geht aus wie dieser Grundgroßbesitzer. Wir wollen das Gleichnis jetzt ein bisschen aufschließen. Und er beruft seine Mitarbeiter. Das ist Gnade, Leute. Wir sind berufen, in seinem Haus, an seinem Haus zu arbeiten. Sind wir uns mal bewusst geworden, dass das Gnade ist, dass wir Berufende sind, zu dienen? Es ist alles andere als selbstverständlich, dass solche, wie wir es sind, wir Menschen, ihm dienen dürfen, die wir eigentlich so unzuverlässig sind und eigentlich von der, ja, wenn wir Gott haben als das einzig Gute, sind wir eigentlich gefangen auf der Gegenseite, wenn man so möchte. Wir sind beherrscht von der Gegenseite, aber wir sind berufen, an diesem heiligen Haus Gottes zu arbeiten. Und er möchte uns dazu benutzen, die Dinge in seinem Weinberg voranzubringen. Und jetzt müssen wir uns mal bewusst werden, was dieses Gleichnis, was das darstellt. Ein Wein, ein Grundgutbesitzer, der ein Weinberg hatte damals, es gibt nur eine ganz kleine Zeitspanne, wo der Wein geerntet werden kann. Und deswegen können wir auch verstehen, dass dieser Mann, vielleicht war das der letzte gute Tag in diesem Jahr und dass er jeden Menschen, auch wenn es um 5 Uhr noch ist und nur noch eine Stunde zu arbeiten ist, er holt alle ran. Er braucht jeden für seine Arbeit und er beruft auch uns. Paulus sagt in 1. Thumotius 1, Vers 12 und 13 und ich danke Christus Jesus und unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu geachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Glauben tat. Lasst uns lernen, daraus Danke zu sagen, dass Gott uns, die wir Sünder sind, beruft. Und das sollte uns wirklich mit tiefer Dankbarkeit und mit Lobpreis erfüllen, dass wir für uns, für Gott einsetzen können. Und jetzt kommen wir zu dem Denar. Jetzt wissen wir, der Gutsherr, das ist Gott und er beruft uns Mitarbeiter. Und jetzt kommen wir zu dem Denar. Allein über diesen Denar wird manchmal mehr geredet als um den eigentlichen Kern des Gleichnisses. Und da müssten sofort alle hellhörig werden. Was? So eine Sache wird hier so hoch priorisiert? Deswegen lasst uns den Denar mal ein bisschen genauer anschauen. Da schließlich alle einen Denar erhielten, so wie wir aus dem Gleichnis nehmen, sehen viele in diesem Denar ein Bild der Erlösung, das ewige Leben, das allen Glaubenden gleichermaßen zuteil wird. Doch das kann hier unmöglich gemeint sein. Würde es doch bedeuten, dass wir uns das ewige Leben erarbeiten oder dass wir uns das verdienen können. Es würde bedeuten, dass wenn wir dem Ruf Jesu folgen, dass wir erst arbeiten müssten, um erlöst zu sein. Aber das wäre dann nicht mehr Gnade. Denn die Schrift sagt ganz ausdrücklich in Römer 4, Verse 4 bis 5, dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen recht fertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Vers 4 noch einmal. Das ist ein Bild aus dem Arbeitsleben. Du bekommst deinen Monatslohn am Ende des Monats nicht umsonst. Also, dass dein Chef einfach sagt, okay, du bist bei mir hier gelistet und ich habe dich aber keinmal gesehen, hier kriegst du deinen Lohn. Nein, sondern nach Schuldigkeit. Anders gesagt, ist es ein Vertrag. Ich arbeite und mein Arbeitgeber schuldet mir dann Entlohnung nach meiner getanen Arbeit. Gott schuldet uns aber nichts und wenn wir nach diesem Arbeitsverhältnis gehen würden jetzt, dann würde am Ende des Monats bei uns auf der Gehaltsabrechnung ein Todesurteil stehen, weil wir das verdient haben. Bei unserer Lösung wiederum ist es völlig anders. Du kannst nicht aus guten Werken gerecht werden, sondern nur wenn du an Jesus glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Gnade auf Seiten Gottes, Glaube auf Seite des Menschen, das sind die Mittel, durch die Menschen Errettung finden. Der Herr verfolgt in diesem Gleichnis oder in einem Gleichnis überhaupt, vergleicht ihr eine Hauptlinie der Belehrung und gerade diese Hauptlinie, die könnte man beim Versuch in jede Einzelheit, wenn man versucht, jede Einzelheit zu vergeistlichen, dann kann man ganz schnell aus dieser Linie, die Jesus eigentlich verfolgt, ganz schnell wegkommen und zu völlig falschen Schlussfolgerungen kommen. Das Beispiel des Denars hier ist ganz aufschlussreich. Man versucht, eine geistliche Bedeutung für den Denar zu finden und kommt in der Meinung, diese Bedeutung gefunden zu haben, zu Schlussfolgerungen, die der Schrift ganz und klar widersprechen. Der Denar steht für das, was man empfängt als Lohn. Punkt. Das ist das, was uns als Gleichnis sagt. Die Hauptlinie, der Herr beruft seine Arbeiter und sagt, ihr bekommt einen Lohn. Punkt. Der Denar steht nur symbolisch für das, was wir einmal empfangen werden. Das Gnadengeschenk, dass wir in Jesus die Erlösung finden und der Lohn, den wir für unsere Investition erhalten werden, das sind zwei Dinge. Die Annahme, es gibt keinen Lohn, nur das ewige Leben als Lohn für alle gleich, ist absolut falsch. Die Schrift sagt uns etwas komplett anderes. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir wollen uns mit dem Lohn beschäftigen. Und dazu schauen wir uns die passende Stelle in 1. Korinther 3 an, ab Vers 1. Die gläubigen Korinth, nee, nochmal, wir lesen erstmal, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen als zu Unmündigen in Christo. Wow. Fängt cool an, dieses Kapitel. Das ist erstmal so ein Brüder. Die Gläubigen in Korinth, wie Paulus beschreibt, waren noch sehr klein in ihrem geistlichen Wachstum. Er musste zu ihnen mit so leichter Evangeliumskost reden, wie zu Nichtbekehrten musste er zu ihnen sprechen. Und dann sagt er in Vers 2, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht speisen, denn ihr vermochtet es noch nicht. Wie Andreas gesagt hat, mit der Schwarzbrot und so ist das. Es gibt manche Kost, die ist am Anfang, brauchen Christ erst Grundkost, und dann irgendwann mal steigern sich die Speisen, bis dann die Feste, das Schwarzbrot kommt, sowas nahrhaftes und richtig erbaut. Und das konnte Paulus hier nicht, denn ihr seid noch fleischlich, denn der Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, und der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Also die haben sich zugeordnet hier, die haben gesagt, ja, Paulus, der hat mich bekehrt damals, als er auf der Missionsreise hier rüber gereist ist, und der andere sagte, mich hat Apollos erbaut, so ich stelle mich zu ihm, also die haben so ein Parteisystem, was überhaupt nicht im Gedanke von Paulus war, die haben so ein Parteisystem selber sich erdacht und gesagt, ja, ich stelle mich jetzt unter seine Partei, unter seinen, die haben sich selbst gruppiert, und da sagt Paulus, wie weit seid ihr im Glauben, habt ihr das nicht verstanden? Und sagt dann in Vers 5, ja, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, wer bin ich? Wer sind wir schon? Die Diener, durch welche ihr geglaubt hat, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Paulus setzt hier fest, Leute, dass ihr Gottes Kinder seid, ist äußerlich vielleicht dadurch geschehen, dass wir hier rüber gereist sind. Äußerlich ist es ja richtig, die Missionsreise, der Missionsdienst, die waren ja nicht unsichtbar auf dem Weg, die haben das ja gemacht, äußerlich ja, sind wir hier gereist, aber allein, dass wir berufen sind, auf diesen Weg zu kommen, allein, dass wir bekehrt sind, das ist alles nur in Gott. Somit ist Gott auch der Einzige, dem die Ehre dafür gebührt und nicht uns. Gott steht bei unserem Dienst im Mittelpunkt. Vers 8, der aber pflanzt und der begießt sind eins, also derjenige, der den Menschen zur Bekehrung führt und derjenige, der die Menschen im Glauben aufbaut und lehrt, die dienen einem Zweck. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Und das hier ist unsere Zusicherung. Wir kennen das aus den anderen Gleichnissen, sammelt euch Schätze, schafft euch eine gute Grundlage im Himmel. Das ist der Lohn, der individuell ausfallen wird, je nachdem wir uns für Gottes Reich investiert haben. Denn, Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser, als Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Wisst ihr noch, wo Jesus in den Gleichnissen, wo der Herr ausging, seinen Anspruch auf das Königreich gelten zu machen? und er geht aus und sagt, handelt bis ich komme, das wisst ihr noch. Erste Korinther 3 zeigt uns, wie in diesen Gleichnissen, am Ende gibt es ein Gericht und Jesus schaut sich an, lieber Mark, ich habe dir die Verantwortung in den und den und den Punkten gegeben, ich habe dir hier diese Geistesgaben gegeben, ich habe dir individuell, dem einen habe ich viel gegeben, dir habe ich so viel gegeben, an Reichtum, an Besitz, du hast die Verantwortung in deinem Leben, wie gehst du mit diesen Dingen um und am Ende kommt das Gericht, wo sich das angeschaut wird. Und das, wie gesagt, das zeigt uns, dass Jesus schaut, wie wir diesen Auftrag ausgeführt haben. Und jetzt, liebe Leute, jetzt kommen wir wieder zurück aus 1. Korinther 3 und wieder in unser gleichsten Matthäus 20. Jetzt kommt das Gleichnis wieder ins Spiel und jetzt könntet ihr mir sagen, ja Mark, das kann so nicht sein. Das wäre ja dann so, als würde ich mich für Gott einsetzen, weil ich am Ende einen Lohn erwarten kann. Und dann sage ich, ja, das ist so. Für manche wird dieser Lohn eine Versuchung darstellen. Als der Lohn in dem Gleichnis ausgeteilt wurde, wurde es extra so gemacht, dass die, die am Morgen gekommen waren, genau mitbekommen, was die bekommen, die am 5 Uhr abends noch gekommen sind. Also das wurde extra so gemacht, dass die sehen, wie viel die Ersten bekommen. Und das ist diese Versuchung des Leistungsdenken, was auch hier die Jünger darstellen soll. Als sie sich hochhebten und sagten, wir für dich aufgekommen, was bekommen wir dafür? Das ist ein Leistungsdenken, was wir haben. Aber Paulus sagt jetzt in 1. Korinther ganz klar, nein, es ist Gott, wir sind das nichts, es ist alles durch Gott, dieses Leistungsdenken soll bei uns nicht da sein. Und ihre Augen blickten böse auf den Lohn der anderen. Von den jenigen, die am Anfang gekommen waren, die haben sich erhofft und haben böse auf die geschaut und gesagt, ey, das kann doch nicht sein, dass diese, die kurz vor Schluss sich noch bekehrt haben oder die kurz vor Schluss berufen wurden, die haben noch so wenig gemacht. Wir haben in der Hitze des Tages gestanden und haben so viel geleistet. Böse Augen blickten dorthin. Und der Kern des Gleichnisses soll uns aufrufen, dass dieses Leistungsdenken für einen wahren Christen keine Motivation darstellen darf. Ein wahrer Christ wird mit der Tatsache, dass wir einen Lohn erhalten werden, ganz gelassen umgehen, da für einen wahren Christen eine ganz andere Motivation für den Dienst sorgt. Und das will ich euch jetzt verdeutlichen. Und zwar haben wir hier eine Wasserkanne. ein Glas und das könnte man meinen voll und jetzt mache ich es mal ganz voll. Würdet ihr wir gucken uns jetzt dieses Wasserglas an und wir stellen uns vor dieses Glas das sind wir das ist unser Leben und jetzt kommt Gott und er gibt uns die ganze Fülle er gibt uns die Gnade er gibt uns die Freude und jetzt können wir dienen. So wir sind jetzt völlig erfüllt von der Gnade Gottes von der Liebe was haben wir alles geschenkt bekommen als wir uns bekehrt haben haben wir in der letzten Predigt uns behandelt wir haben alles bekommen was uns befähigt den Dienst jetzt auszuführen so warum sollten wir jetzt wir haben nur eine Wasserquelle hier es gibt in diesem Kreis gibt es keine andere Wasserquelle warum sollten wir als Christen jetzt noch nach einer anderen Quelle suchen warum sollten wir jetzt noch nach einer anderen Erfüllung suchen ja wir kriegen den Lohn und das befähigt uns jetzt zu für Gott uns einzusetzen nein es gibt es nichts wir sind völlig voll es gibt für uns keine andere Motivation eine andere Quelle zu suchen weil es gibt nur eine Quelle und das Gleichnis beschreibt hier in diesem den allgemeinen Grundsatz dass es ein breites Bekenntnis gibt auf dem Boden es gibt von den vielen Menschen die sagen ja ich bin ein Christ gibt es genug Menschen die sagen ja ich bin ein Christ ein breites Bekenntnis wir wissen aber dass nur in dem Heiligen Geist jemand wahrhaftig sagen kann ja ich bin bekehrt aber wie kann das dann sein dass 50% der Menschen sagen würden in Deutschland ja ich gehöre zur katholischen Kirche ich gehöre zur evangelischen Kirche die bekennen alle ja ich bin Christ aber auf diesem weiten Boden der Bekenntnis wird es solche geben die für den Meister für Jesus kein Herz haben und die nicht auf seine Gnade vertrauen sie kennen die wahre Quelle des Geistes nicht sondern arbeiten nur für den Lohn oder für Ansehen dass sie sagen ja ich setze mich jetzt hier ein ich spende viel Geld an Organisationen aber das tue ich im Herzen die nehmen sich das vielleicht nicht vor aber am Ende kriegen die dann die spenden sehr viel oder die setzen sich ein im Gottesdienst und gehen überhaupt nicht mit der Motivation dran ja ganz viel ansehen und das erfüllt sie mit Stolz und das ist eine falsche Quelle die sie suchen weil sie darin niemals die volle Motivation erhalten werden das Gleichnis beschreibt eben diese beiden Gruppen die einen die nicht auf seine Gnade vertrauen und die anderen die auf seine Zusicherung vertrauen jetzt kommt wieder das Gleichnis wir hatten am Anfang der Lohn der wurde dem gesagt okay ein den nah und die anderen vertrauten darauf dass Gott gerecht ist und dass Gott einen gerechten Lohn für sie haben wird und diese Menschen die nicht auf dieses Vertrauen auf Gott setzen dass Gott gerecht ist und einen gerechten Lohn hat diese Leute werden in Johannes 10 Mietlinge genannt eine wahre Bekehrung wird uns am Tag des Gerichts nicht murren lassen am Tag des Gerichts wird es keine Menschen geben die dann vor Jesus stehen und wahrhaftige Christen sind da wird niemand murren wie wir in diesem Gleichnis haben sondern wir werden wie Paulus uns als die untersten darstellen als die die wir völlig der Sünde ausgeliefert waren und dies nur durch die Gnade Gottes geschafft haben sich in ihrem Leben zu investieren und wir werden nur Gott die Ehre dafür geben der Grundsatz ist aus dem Gleichnis Vers 25 Matthäus 20 aber er rief sie herzu und sprach ihr wisset dass die Regenten der Nation über dieselben herrschen und die Großen Gewalt über sie üben also in der Welt in unserer heutigen Welt da herrscht die Hierarchie wo jemand immer den höchsten Platz haben will bei Gott und bei seinen Kindern ist das aber ganz anders Vers 26 unter euch soll es nicht so sein sondern wer irgend unter euch groß werden will soll euer Diener sein also es ist eine völlig umgekehrte Hierarchie das passt eigentlich nicht in unsere menschliche Logik so würde man denken rein guckt mal so ein Unternehmens Coaching und sagt ihm diesen Satz der wird euch komisch angucken so einen komischen Blick werdet ihr nie gesehen haben sowas gibt es dort nicht gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist um bedient zu werden sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele ich möchte abschließen mit dem Grundsatz mit dem wir begonnen hatten Matthäus 19 Vers 30 aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein diejenigen die dem Herrn schon lange dienen und meinen einen großen Lohn zu erwarten werden später bitter enttäuscht sein da ihre Werke aus einer falschen Motivation aus einer falschen Herzungseinstellung geschehen sind sie sind bei Gott nichts wert diese Werke Erste Korinther 3 weiterlesen da sehen wir das derjenige aber der dem Ruf Gottes folgt der ist voller Liebe erfüllt und die Motivation ist dass er erfreut ist dass er aus der Gnade Gottes an seinem Reich mitbauen darf überlegt euch mal was das für eine tolle Sache ist später im Himmelreich das wird ja als ein Bau dargestellt und da gibt es dann einen Stein und du kannst sagen ja ich hab diesen Teil der Mauer das hab ich gebaut das freut mich aber nicht daraus dass ich sage ja Leute guckt mal diesen Stein hab ich so gebaut Chef hol mal die Wasserwaage wir legen jetzt an die ist exakt gerade seht ihr das alle so wird das nicht sein sondern es ist für uns eine Ehre dass wir sagen können ja ich hab an diesem wunderbaren Werk mitgebaut vertraut derjenige aber der in dem Ruf Gott ah das hatte ich schon dieser Mensch der mit der Liebe erfüllt ist der vertraut dieser Zusicherung Gottes dass er einen gerechten Lohn haben wird und mehr braucht er nicht wir brauchen keinen Lohn wir brauchen keinen Lohn dass wir genau jetzt wissen ja Marc du wirst am Ende genau das bekommen das soll für uns nicht wert sein das soll überhaupt gar nicht in unserem Interesse sein das zu erfahren oder uns das auszumalen was das sein soll ihr lieben lasst uns selber prüfen bist du von dieser Motivation beherrscht die durch Gott kommt und die dich befähigt dein ganzes Leben für ihn zu investieren oder gibt es etwas was für dich wichtiger ist wo du noch eine andere Motivation suchst ist deine Motivation für deinen Dienst aus der Freude der Gnade dass du für Gott arbeiten darfst lieber Zuhörer bist du dir dieser Verantwortung bewusst die du mit der Entscheidung Jesus nachzufolgen übernommen hast du bist eigentlich verloren eigentlich hast du es verdient in Ewigkeit in Qualen zu leiden getrennt bei Gott aber Gott hat die Arme aufgetan und er steht dort voller Erwartung er liebt dich du bist Gott nicht egal jeder Mensch ob du ihn nicht angenommen hast Gott liebt dich und er wartet nur auf deine Entscheidung auf deinen kleinen Schritt auf ihn hin und dann rennt er auf dich zu wenn du diesen Schritt tust und schließt dich in deine Arme und du darfst dir dann sicher sein dass er dich nicht mehr loslässt du darfst die Gewissheit haben dass du erlöst bist dass dein Name im Buch des Lebens steht und dass du nach deinem Tod in Ewigkeit bei ihm sein wirst das ist unsere Heils Gewissheit deine Verantwortung ist aber nun setze dich dafür ein dass diese allergrößte Freude die du empfangen hast dass du errettet bist dass diese große Freude auch anderen Menschen zuteil wird dass deine Motivation ist andere Menschen zu sehen die dich eigentlich hassen und wo du allen Menschen Grund dazu hättest diesen Menschen zu meiden deine Motivation soll sein dass solch ein Mensch wie du ihn siehst wie er in Gottes Arme läuft und wie dieser Mensch auch die Gewissheit haben kann nach diesem Leben nach diesem schrecklichen Leben nach diesem schrecklichen Ort der Erde der so ungerecht und boshaft ist der voller Zank und voller Krieg ist dass es für dich dann weiter geht an einem Ort für den du eigentlich geschaffen bist siehe jetzt ist die wohlangenehme Zeit jetzt ist der Tag des Heils also lasst uns wirken ich möchte abschließen mit einem kleinen Bild habe ich zugeschickt bekommen heute morgens tatsächlich deswegen steht das jetzt hier auch nicht drauf ich hatte gelesen das war in Amerika vor drei Jahren da gab es einen Prozess da ist eine Frau in ein Haus eingebrochen die ist nicht eingebrochen könnte man so sagen das war so ein Haus mit mehreren Apartments und die Frau ist dann einfach in ein Zimmer reingegangen und sie dachte das wäre ihr Zimmer und da war da ein Mann drin obwohl sie ist eigentlich eingebrochen in die Wohnung eines anderen sie hat ihre Pistole gezückt und hat diesen Mann erschossen in seiner eigenen Wohnung dieser Mann war tot sofort und die Frau dachte okay jemand ist bei mir eingebrochen wobei sie diejenige war die eingebrochen ist vor Gericht kam der Bruder dieses Jungen und die standen sich gegenüber wie man das so kennt aus dem amerikanischen Fernsehen Riesensaal mit diesen schönen Buchenmöbeln und links der Bruder von diesem Mann der völlig unschuldig war und rechts diese Frau die aus Unwissenheit könnte man sagen diesen Mann getötet hat weil sie dachte das wäre ein Einbrecher und dieser Mann fängt an und sagt erstmal ey ihr könnt gar nicht vorstellen wie traurig ich bin ihr könnt gar nicht vorstellen was ich durchmache dass mein lieber Bruder dass er jetzt tot ist aber dieser Mann hat gesagt jetzt muss ich ein bisschen ins Deutsch übersetzen er sagte das ist jetzt mir egal ich weiß dass mein Bruder vergeben hätte und dieser Mann sagte Leute mein Bruder ist jetzt tot aber wisst ihr was viel wichtiger ist und er guckte er genau in die Augen dieser Frau und sagte viel wichtiger ist dass sie Jesus bekommen und er ist in Tränen ausgebrochen die Frau ist in Tränen ausgebrochen und die sind beide in die Mitte des Saales gegangen und haben sich umarmt und haben dort Minuten gestanden und haben geweint diese Frau ist am Ende trotzdem ins Gefängnis gekommen aber das soll uns vor Augen malen wie wichtig unser Auftrag ist auch wenn so etwas Schreckliches passieren sollte soll unser Fokus sein dass wir jedem Menschen so sehr wie auch das Bedürfnis eigentlich und völlig jeder wird uns sagen das ist okay dass du den jetzt hast der hat deinen Bruder getötet aber unsere Einstellung sei dass wir diesen Menschen das Heil wünschen Amen